Guten Tag, herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek. Wir freuen uns, dass wir einen kleinen Beitrag zum Kulturkanal leisten können. Und zwar möchten wir vorstellen, oder heute lesen, die Ballade Die Brücke am Teil von Theodor von Thalen. Wann treffen wir drei zusammen? Um die siebente Stunde am Rückendamm, am Mittelpfeil. Ich lösche die Flamme. Ich mit. Ich komme vom Norden her. Und ich vom Süden. Und ich vom Meer. Hey, das gibt ein Ring rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebente Stunde. Ei, der muss mit. Muss mit. Tantant ist das Gebild von Menschenhand. Auf der Norderseite das Brückenhaus. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brückners leuchtet ohne Rast und Ruh und den Bangen sehen nach Süden zu. Sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin. Ich komme, spricht. Ich komme, trotz Nacht und Sturm des Flug. Ich, der Edinburgh Zug. Und der Brückner jetzt. Ich sehe einen Schein am anderen Ufer. Das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum. Unser Johnny kommt und will seinen Baum. Und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an wie zum Heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein. Und in elf Minuten ist er herein. Und es war der Zug. Am Süderturm. Keuchte vorbei. Jetzt gegen den Sturm. Und Johnny spricht. Die Brücke noch. Aber was tut es? Wir zwingen es doch. Ein fester Kessel. Ein doppelter Dampf. Die bleiben Sieger in solchen Kampf. Und wie es auch rast und ringt und rennt. Wir kriegen es unter. Das Element. Und unser Stolz ist unsere Brück. Ich lache, denke ich am Frühjahr zurück. An all den Jammer und all die Not mit dem elend alten Schifferboot. Wie manche liebe Christfestnacht habe ich im Fährhaus zugebracht. Und sah unserer Fenster lichten Schein und zählte und konnte nicht drüben sein. Auf der Norderseite des Brückenhauses. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh. Und in Bangen sehen nach Süden zu. Denn wütender wurde der Winde stiel. Und jetzt, als auch Feuer vom Himmel fiel, Er glüht es in niederschießender Pracht. Überm Wasser unten. Und wieder ist Nacht. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um Mitternacht am Bergeskamm. Auf dem Hohen Moor am Erlenstamm. Ich komme. Ich mit. Ich nenn euch die Zahl. Und ich die Namen. Und ich die Qual. Hey, wie Splitter brach das Gebälk ins Weih. Tant, Tant ist das Gebälk von Menschenhand.